Auf allen Kontinenten gibt es Tierarten, die die Wildnis einer Region prägen. Aber nur die gefährlichsten und mächtigsten zählen zu den Big Five, den großen Fünf. Wir haben Asien mit der Kamera durchquert. Immer auf der Spur dieser außergewöhnlichen Tiere. Dank kundiger Helfer, die ihre Pferden lesen können, haben wir sie ausfindig gemacht. Die Big Five von Asien. Indonesien, der größte Inselstaat der Welt. Nur auf fünf der etwa 17.500 Inseln lebt die größte Echse unserer Zeit. Auf Flores, wo es nur noch wenige Exemplare gibt, auf Komodo und Rinca sowie zwei weiteren kleinen Inseln im Komodo-Nationalpark. Dorthin sind wir unterwegs, zusammen mit unserem Freund David Hau. David ist Chefranger von Komodo. Wir kennen ihn seit über 20 Jahren. Da wir nicht nur Tierfilmer sind, sondern auch Biologen, besuchen wir ihn regelmäßig und erkunden gemeinsam mit ihm die Inseln. So einiges hat sich in dieser Zeit verändert. Diesmal wollen wir einen Film drehen. Denn wir haben in den vielen Jahren Dinge erlebt, die nicht immer in das Bild passen, das gemeinhin über den Komodo-Waran verbreitet wird. Der Komodo-Waran wurde erst vor etwa 100 Jahren entdeckt. Dies wäre fast sein Todesurteil gewesen, denn bald kamen chinesische Jäger und erlegten 100 Tieren. Als sie jedoch feststellen mussten, dass in die Waranhaut Knochen eingelagert sind und sie deshalb als Leder völlig unbrauchbar ist, ließen sie die großen Echsen wieder in Ruhe. Sonst hätte man sie damals schon ausgerottet. Oft wird der Komodo-Waran als der letzte überlebende Dinosaurier bezeichnet. Es gibt ihn aber erst seit 4 bis 5 Millionen Jahren, während die letzten Dinosaurier bereits vor etwa 65 Millionen Jahren ausgestorben sind. Er kann über 3 Meter lang werden und vollgefressen ein Gewicht von 150 Kilogramm auf die Waage bringen. Zusammen mit David ziehen wir los. Wir wollen auch diesmal wieder in Bereiche des Komodo-Nationalparks vordringen, die bisher noch kaum einer betreten hat. Nach 8 Monaten schlüpfen meist im März die etwa 40 Zentimeter großen Babywarane aus ihren Eiern und graben sich aus der unterirdischen Nisthöhle an die Oberfläche. Dort sind sie von Anfang an auf sich allein gestellt und eine begehrte Beute. Komodo-Warane fressen, was sie kriegen können, auch kleinere Artgenossen. Deshalb verbringen die Jungtiere die ersten 2 bis 3 Jahre die meiste Zeit auf Bäumen. Dort sind sie relativ sicher. Eigentlich ist er mit seinen gut zweieinhalb Metern fürs Klettern schon viel zu groß. Das war's. Das war's. . Sollte. Das war's. Das war's. Dasselbeinhalb war. Hier in den Bäumen leben auch die Flugdrachen. Die etwa 20 Zentimeter großen Tiere ernähren sich fast ausschließlich von Ameisen oder Termiten. Mit ihrem farbigen, ausklappbaren Kehlsack imponieren die Männchen den Weibchen und markieren ihr Revier. Für den bis zu 60 Meter weiten Gleitflug werden die sonst am Körper anliegenden Hautlappen mithilfe ihrer Rippenfortsätze flügelartig aufgespannt. Für die Flugdrachen, deren wissenschaftlicher Gattungsname Draco tatsächlich Drache bedeutet, stellt der Jungwaran keine Gefahr dar. Es ist Ende Juni und der jetzt drei Monate alte Varan ist auf der Jagd. Er sucht nach Insekten, Spinnen und kleinen Wirbeltieren. Da auch ein kleiner Kommodobaran nicht der allerschnellste Kletterer ist, zählen hauptsächlich Tiere zu seiner Beute, die sich auf den Bäumen in Ritzen oder Spalten verstecken. Sein feiner Geruchssinn hilft ihm dabei. Diesmal hat er sich eine Spinne und einen Gecko geschnappt. Die Klospülung im Ranger-Camp signalisiert für diesen Kleinen, da ist Wasser. Aber auch ein großer Artgenosse hält sich ganz in der Nähe der Toiletten auf. Er scheint jedoch nicht durstig zu sein. Auch ein Varan muss gelegentlich etwas trinken. Und außerhalb der Regenzeit findet er auf den Bäumen kein Wasser. Der junge Kommodobaran muss also hin und wieder seinen sicheren Baum verlassen. Dieser Kleine lebt nah an der Ranger-Station und kann so die Errungenschaften der modernen Zivilisation nutzen. Die undichte Toilettenspülung löst für den Jungbaran ein großes Problem. Und von den Nationalparkbesuchern hat er nichts zu befürchten. Gefährlicher wäre da schon eher ein größerer Artgenosse. Denn auch diese nutzen mitunter die Toilette zum Trinken. Deshalb wird zur Sicherheit die Umgebung geprüft, bevor es wieder zurück auf den Baum geht. Bei unseren Expeditionen in entlegene Teile der Insel hören wir immer seltener den Warmruf der Timur-Hirsche oder sehen auf den Hängen ziehende Rudel. Der Hauptgrund ist der illegale Abschuss. Wilderer kommen nachts mit Booten, schießen im Scheinwerferlicht so viele Hirsche wie möglich und verschwinden dann wieder mit ihrer Beute. Auch die Wasserbüffel sind spürbar weniger geworden. Früher mussten wir uns manchmal überlegen, welchen Weg wir gehen, damit wir von den Tieren nicht attackiert werden. Heute sind wir froh, wenn wir überhaupt welche sehen. Ihnen setzt vor allem die immer länger andauernde Trockenzeit zu. Von Juni bis August kommt es zwischen Komodo-Baran-Männchen verstärkt zu Auseinandersetzungen. Denn es ist Paarungszeit. Das deutlich größere Männchen ist beim Paarungsspiel erstaunlich zärtlich. Doch es ist nicht leicht für die Männchen ein paarungsbereites Weibchen zu finden. Eine aktuelle Untersuchung ergab eine Gesamtpopulation von nur noch etwa 2400 Komodo-Baranen. Dies lässt auf weniger als 200 fortpflanzungsfähige Weibchen schließen. Einige Wochen später werden in eine selbst gegrabene Erdhöhle etwa 20 Eier gelegt. David hat aufgeregtes Krähengeschrei gehört und wir wollen wissen, was dahinter steckt. Zwei mittelgroße Warane fressen an einem Hirschkadaver und flüchten, als plötzlich ein riesiges Männchen dazukommt. Es ist wohl der größte Waran, den wir je gesehen haben. Er ist sicher über drei Meter lang. Und dann kommen die, auf die wir gehofft haben. Endlich gelingt es uns, das, was wir schon oft beobachtet haben, mit der Kamera festzuhalten. Wildschweine machen den Komodo-Waranen die Beute streitig. Die kleineren Warane halten Abstand und hoffen, dass ein paar Brocken für sie abfallen. Die Wildschweinrotte ist so aggressiv, dass selbst der riesige Waran aufgibt. Ein kleinerer konnte sich wieder ein Stück schnappen. Doch die Hauptbeute gehört den Wildschweinen. Selbst Warane, die immerhin an die zweieinhalb Meter groß sind, trauen sich nicht mehr hin. Und am Schluss haben, wie immer, die Schweine gewonnen. Unser Kamerarucksack muss als Ersatz herhalten. Zurück bleibt eine Speichelspur. Im Alter von drei bis fünf Jahren sind die Warane am aktivsten. Da sie an großen Beutetieren kaum zum Zug kommen, sind sie ständig auf der Jagd. Kleinere Beutetiere wie diese Ratte können sofort verspeist werden und müssen nicht mit anderen Waranen geteilt werden. Rheinwarthühner errichten einen Bruthügel von etwa zwei Metern Höhe und zehn Metern Durchmesser. In diesen Erdhaufen werden dann die Eier gelegt und sich selbst überlassen. Die Wärme, die durch verrottenes Laub entsteht, brütet sie aus. Das wissen auch die Warane, wie dieser Vierjährige. Das sind die Ohrthügel. Vielen Dank. 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 Hier kann sich kein Waran unentdeckt nähern. Manche Hirsche sind trotzdem verwundet. Die Verletzungen stammen jedoch meist nicht von Waranen, sondern sind Folge eines Hirschkampfes. Verwundete Hirschkühe findet man kaum. Nachts sind die Komodowaranen nicht aktiv. Sie schlafen meist auf einem Hügel. Am Strand werden wir Zeuge einer dramatischen Szene. Ein verwundeter Hirsch hat sich ins Meer zurückgezogen. Vielleicht kühlt das Salzwasser die Wunden oder desinfiziert sie sogar. Doch diesmal bleibt der Hirsch nicht allein. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Mal. Mal. Das Verhalten der Komodo-Warane bei der Hirschjagd ist völlig anders als bei der Wasserbüffeljagd. Bei einem Hirsch warten sie nicht ab, sondern setzen so lange nach, bis sie ihn haben und lassen ihn dann nicht mehr los. Eines haben wir jedoch noch nie beobachtet, dass Komodo-Warane ihr Beutetier mit einem Biss gezielt verletzen, um dann abzuwarten, bis dieses durch ihren infektiösen Speichel oder gar ihr Gift an der beigebrachten Wunde zugrunde geht. In Kürze werden 1500 Passagiere dieses Kreuzfahrtschiffes Komodo bevölkern. Und die Touristen zahlen viel Geld. Deshalb muss sichergestellt sein, dass auch alle einen Waran zu sehen bekommen. Da es bei der Küche zu unübersichtlich und damit zu gefährlich wäre, versuchen die Ranger, die Küchenwarane zu einem entfernten Platz im Wald zu locken. Und das ist bei den gut genährten Tieren eine langwierige Angelegenheit. Doch sie laufen brav wie ein Hund hinter dem trockenen Ziegenfuß an der Schnur her. Und es eilt, denn die ersten Touristen haben bereits die Insel betreten. Langsam sollten die Waraner an ihr Ziel kommen. Aber man darf sich von diesen Bildern nicht täuschen lassen. Diese Warane sind alles andere als menschenscheu und können von einer Sekunde auf die andere richtig gefährlich werden. Das ist die Befürchtung der Ranger. Die Anspannung auch bei David ist hoch. Dann kommen sie. Auch wenn die Szenerie skurril anmutet, für die Zukunft der Warane sind solche Kreuzfahrtschiffe ein Segen. Die Passagiere bezahlen, machen ihre Fotos und gehen wieder, ohne im Nationalpark Spuren zu hinterlassen. Für David und seine Ranger bedeutet so ein Tag vor allem eines. Stress. Auch die Bewohner des Dorfs Komodo profitieren von so einem Kreuzfahrtschiff. Denn die Touristen kaufen zahlreiche Andenken. Egal ob T-Shirts, geschnitzte Warane oder Perlenketten, zwischenzeitlich lebt der ganze Ort vorwiegend vom Tourismus. Dies bringt jedoch auch negative Folgen mit sich. Vor allem das Korallenriff des Nationalparks leidet durch das Ankern der kleineren Schiffe. Zudem werden Meer und Küsten stark mit Plastikmüll verschmutzt. Das ehemalige Fischerörtchen Komodo hat sich im Laufe der Zeit dank der Einnahmen durch den Tourismus gewandelt. Da die Warane die Basis für den wirtschaftlichen Erfolg des Ortes sind, haben die Einheimischen den Wert der Tiere erkannt. Die wichtigste Einnahmequelle sind die im Ort geschnitzten Holzwarane. Viele Besucher des Komodo-Nationalparks nehmen so ein Andenken mit. Aktuell kommen jährlich über 50.000 Personen. In welche Zukunft blickt die größte Echse der Welt? Für die Komodo-Warane ist die Zunahme des Tourismus ein Vorteil. Dieser bringt den Einheimischen und dem Nationalpark Geld, was dann auch den Waranen wieder zugute kommt. Doch Wilderei und die Veränderung des Klimas setzen den Beutetieren der Warane sichtbar zu. Und wo Timor-Hirsche und Wasserbüffel fehlen, gibt es auch keine Komodo-Warane. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Endlich gelingt es uns, das, was wir schon oft beobachtet haben, mit der Kamera festzuhalten. Wildschweine machen den Komodo-Waranen die Beute streitig. Die kleineren Warane halten Abstand und hoffen, dass ein paar Brocken für sie abfallen. Die Wildschweinrotte ist so aggressiv, dass selbst der riesige Waran aufgibt. Ein kleinerer konnte sich wieder ein Stück schnappen. Doch die Hauptbeute gehört den Wildschweinen. Selbst Warane, die immerhin an die zweieinhalb Meter groß sind, trauen sich nicht mehr hin. Und am Schluss haben, wie immer, die Schweine gewonnen. Unser Kamerarucksack muss als Ersatz herhalten. Zurück bleibt eine Speichelspur. Im Alter von drei bis fünf Jahren sind die Warane am aktivsten. Da sie an großen Beutetieren kaum zum Zug kommen, sind sie ständig auf der Jagd. Kleinere Beutetiere wie diese Ratte können sofort verspeist werden und müssen nicht mit anderen Waranen geteilt werden. Rheinwarthühner errichten einen Bruthügel von etwa zwei Metern Höhe und zehn Metern Höhe. Drei Stunden Fußmarsch entfernt liegt die Ranger-Station der Insel Rinca. Hierher kommen nahezu alle Besucher des Nationalparks. Und das hat seinen Grund. Hier können sie, gut bewacht von den Drangern, Komodo-Warane aus der Nähe betrachten, die faul im Schatten unter der Küche dösen. Von den dramatischen Geschichten, die sich gerade im Hinterland vereignen, ahnen die Besucher nichts. Die kranke Kuh wurde von anderen Wasserbüffeln aus ihrem Wasserloch vertrieben. Der faulige Geruch der infizierten Stelle an ihrem Hinterteil lockt immer mehr Waraner an. Sie ist mit ihren Kräften am Ende. Der Ursprung dieser Infektion liegt nicht im Biss eines Warans. Vor allem bei älteren weiblichen Büffeln scheint diese Infektion an der Schwanzwurzel aufzutreten. Und die Warane warten einfach. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Es sind keine großen Warane, die immer wieder vorsichtig prüfen, ob sich die Kuh noch wehrt. Angriffe der Komodo-Warane auf gesunde, erwachsene Wasserbüffel Dich auf der Jagd. Kleinere Beutetiere wie diese Ratte können sofort verspeist werden und müssen nicht mit anderen Waranen geteilt werden. Rheinward-Hühner errichten einen Bruthügel von etwa 2 Metern Höhe und 10 Metern Durchmesser. In diesen Erdhaufen werden dann die Eier gelegt und sich selbst überlassen. Die Wärme, die durch verrottendes Laub entsteht, brütet sie aus. Das wissen auch die Warane, wie dieser Vierjährige. Das ist eine Art und Weise. Vielen Dank. 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 erbeutet, die sich auf den Bäumen in Ritzen oder Spalten verstecken. Sein feiner Geruchssinn hilft ihm dabei. Diesmal hat er sich eine Spinne und einen Gecko geschnappt. Die Klospülung im Ranger-Camp signalisiert für diesen Kleinen, da ist Wasser. Diesmal bleibt der Hirsch nicht allein. Mal! 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Now! Untertitelung des ZDF, 2020 Das Verhalten der Komodowarane bei der Hirschjagd ist völlig anders als bei der Wasserbüffeljagd. Bei einem Hirsch warten sie nicht ab, sondern setzen so lange nach, bis sie ihn haben und lassen ihn dann nicht mehr los. Eines haben wir jedoch noch nie beobachtet, dass Komodowarane ihr Beutetier mit einem Biss gezielt verletzen, um dann abzuwarten, bis dieses durch ihren Infektionsprogramm geht.